Licht dringt im Allgemeinen recht tief in ein Material ein und ist deshalb zur Oberflächenuntersuchung wenig geeignet. Eine Ausnahme ergibt sich bei der Totalreflexion. Nach dem Snelldischen Brechungsgesetz gibt es einen Winkel, ab dem die Totalreflexion eintritt, wenn man vom dichteren Medium in das weniger dichtere Medium geht. Im klassischen Sinne wird die Totalreflexion so beschrieben, dass das Licht nicht mehr aus dem dichteren Medium in das dünnere Medium gelangen kann. Dies ist doch nur eingeschränkt richtig. Tatsächlich gibt es einen sehr dünnen Bereich der ebenezenten Welle, in der das Licht in das optisch dünnere Medium eindringt. Diesen Effekt kann man ausnutzen, um in diesem Bereich der ebenezenten Welle Messungen durchzuführen. Die Schichtdicke, die untersucht wird, kann man nach dieser Formel abschätzen. Es sind einige Nanometer. Will man die Methode der abgeschwächten Totalreflexion analytisch ausnutzen, so benötigt man ein Material, welches optisch dichter ist als die Probe, z.B. ein Diamanten. Man presst die Probe so gut es geht auf diesen Diamanten, lässt dann Licht in Totalreflexion durch den Diamanten fallen und nutzt die ebenezenten Welle aus, um Informationen über die Probe zu erhalten. Auf diesem Bild sehen wir, dass der Anpressdruck der Probe auf den Kristall eine wichtige Größe ist. Die Probe muss guten Kontakt zum Kristall haben, sonst gelangt die ebenezenten Welle nicht ausreichend tief in die Probe hinein. In einer Anwendung der ATR-Spektroskopie werden hier z.B. PKW-Laufflächen in Abhängigkeit von der Zeit untersucht. In viele Infrarotspektrometer können wir anstelle des klassischen Strahlengangs mit Curvette ein ATR-Kristall einbauen und haben so die Möglichkeit, sehr einfach Oberflächenselektive Messungen durchzuführen. Anstelle der früher üblichen dispersiven Spektrometer, die eine Wellenlänge nach der anderen durch die Probe schickten und analysierten, verwendet man heute gerne Fourier-Transform-Spektrometer. Hier werden sämtliche Wellenlängen auf einmal durch die Probe geschickt und anschließend durch ein mathematisches Verfahren, nämlich die Fourier-Transformation, die Intensitäten der einzelnen Wellenlängen errechnet. In der ATR-Spektroskopie nutzt man die Wechselwirkung der bei der Tetralreflexion evaluierenden Welle mit der Probe. Diese vermisst eine Schichtdicke, die kleiner ist als ein Mikrometer. Wir können feste und flüssige Proben messen. Die Geräte sind erschwinglich. Es ist eine robuste Methode. Wir können die Proben schnell wechseln. Allerdings muss die Probe einen niedrigeren Brechungsindex haben als der ATR-Kristall. Wir können die Probe schicken. Wir können die Probe schicken. Wir können die Probe schicken. Wir können die Probe schicken.